Hallo Modellberfreunde, willkommen auf meinem Kanal Franks Modellbike. Ich zeige euch jetzt mein fertiges Modell, die Rocket von Ocke und direkt am Anschluss verrate ich euch mein neues Projekt. Viel Spaß! So sieht das Modell jetzt aus, ich drehe das jetzt mal, wenn ihr es von allen Seiten mal sehen könnt. Also mir gefällt es. Für das erste Modell finde ich es mir gut gelungen. Auch ich würde es, sagen wir mal so, ist ein bisschen fummelig, die kleinen Teile. Manchmal mit der Ocke, jetzt hier mit den Maßangaben, das ist ja so eine Sache. Aber wenn man es vorher ein bisschen weiß, wenn man die Modelle jetzt mal ein bisschen, zeige ich ein bisschen mehr Erfahrung. Aber ich würde es noch mal bauen. Ich würde wahrscheinlich nur, was ich jetzt ändern würde, würde, wenn ich es noch mal bauen würde, mit dem Holzteil. Ich würde nicht mehr die Acrylfarbe nehmen. Ich würde wahrscheinlich eine Holzglasur nehmen oder Holzbeize, die auch gelb ist, mit die Holzmaserung besser durchkommt. Das ist jetzt hier mit der Acrylfarbe nicht mehr so. Aber so, Gesamtandruck, das gefällt mir und da ist das Wichtigste. So, und als nächstes erzähle ich euch, was mein neues Projekt ist. So, da bin ich jetzt wieder. Und wie versprochen, zeige ich euch jetzt mein neues Projekt. Und zwar, das ist von Crick oder ehemalig Mantuna Model aus Italien. Ich habe mir da ein römisches Katapult zugelegt oder habe ich zu Weihnachten bekommen. So, das ist mein neues Projekt. Ich würde das jetzt wahrscheinlich in zwei Tagen Unboxing machen und dann würde ich die Woche anfangen zu bauen und dann nach und nach Videos euch zeigen. Und dann wird das so sein. So, und guten Schluss. Prost an euch. Einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.